Hallo und herzlich willkommen zu unserem Videoblog in 60 Sekunden. Thema heute ist SupraFix 3.0, die Weiterentwicklung unseres komfortablen Montagesystems SupraFix 2.0, die für noch mehr Flexibilität sorgt. Mit SupraFix 3.0 lassen sich wandhängende WCs von nur einer Person schnell und einfach installieren. Sobald die Befestigungsbolzen in die dafür vorgesehenen Öffnungen eingesetzt sind, hält das WC bereits an der Wand und kann nicht mehr von der Halterung rutschen. Die Montage kann dann bequem und unkompliziert von oben erfolgen. Die große Neuerung im Vergleich zu SupraFix 2.0 ist die sogenannte Vario-Mutter im Bolzen. Durch sie kann je nach Kundenwunsch entweder der Deckel oder bei der WC-Sitz bündig zur Keramik eingestellt werden. Durch die verdeckte Befestigung sind nach der Montage keine Schrauben oder Abdeckungen zu sehen. Damit haben Sie die optimale Lösung. Sie sparen Zeit und gleichzeitig bieten Sie Ihren Kunden ein perfektes Design. Vielen Dank für Ihre Zeit und schauen Sie gern wieder rein. Es bleibt spannend!